Wir haben uns noch gar keine... Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Die Form der was? Wir haben übrigens keinen Untertitel mehr. Merke ich gerade. Mann! Ich hasse dieses Spiel manchmal. Untertitel Es ist mir egal. Ah, ich will Untersiedel. Ich will Untersiedel, hallo? Das muss nicht sein. Wieso kann ich keine Untersiedel machen? Ich kann keine Untersiedel machen, willst du mich verarschen? Warum? Was ist mit diesen... Spiel los? Morden, die die Deutschen verübt haben. Sollte man doch meinen, dass sie wenigstens was Nützliches erforscht hätten. Nein. Haben sie nicht zu dieser Zeit. Es ging fast eigentlich nur ums Morden. Und Experimente an Leuten. Oh, wieder so schöne Musik. Oh, wieder so schöne Musik. Das ist eine Kugel. Ja, mal schnell duschen. Das ist eine Kugel. Aber wird das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit... Oder ich kriege einen Clane. Irgendwas passiert doch, wenn ich da dran gehe. Ich weiß es doch. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shon. Kunde Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Das Training. Zu Shon kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Das ist doch sehr cool. Das ist kein Schloss mehr frei für das Plasmid. Was brauche ich eher? Kann ich denn irgendwie noch ein Slot freimachen? Ich komme nicht raus. Füße mich harschen. Dann ersetze ich erstmal das. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ach, hiermit können wir jetzt üben. Ja, fast. Ja, da ist schon wieder einer. Ich merke es doch. Ja, ich bin so sorry. Oh, wir können einen Safe hacken. Oh, das ist ja fast unmöglich. Ja. Ich stehe auf Schmerzen, weißt du. Nein, 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 nein. Na! So eins suche ich. Muss mir Zeit verschaffen. Einfach nur Zeit verschaffen. Nee, nein. So. Oh, wir haben den ersten Safe gehackt. Was ist drin? Oh, das ist sehr cool. Wir haben den ersten Safe gehackt. Entschuldigung, ich freue mich nicht. War der erste Safe? Nein, schätze. Nein. 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 So, jetzt müssen wir gegen den Sack kämpfen. Richtig? Mhm. Gerade, wo ich speichern will. Das ist ja zack. Fuck. Oh, du wolltest es ja nicht anders. Mann, so ein Sack. Verdammter Sack. Krieg ich keine... Muni? Oh. Wie heißt du noch? Tue ich nie. Wir werden es brauchen. Ich habe kein Interesse an deinen Papieren. Oh, das klingt nicht nach einem Plan, was? Was machst du da oben? Ja, sehr. Das war's. Das war's. Das war's. Nein, das war's nicht. Hier gefällt's dir? Wann bist du denn platt? Du baust nichts als Scheiße! Ja, danke. Gleichfalls. Scheiße. Das sind mehrere. Ja. Same. Gib mir doch mal einen Moment Ruhe, damit ich die richtige Waffe nehmen kann, du Sack. So, wo bist du? So wird ein Schuh draus. Das müssen Zwillinge sein oder so. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh. So, was ist das nun? Oh, wow! Wie war es das denn nun? Ja, same für dich. Können wir jetzt mal endlich Schluss machen? Bitte. Bitte. Ich habe kein Interesse an deinen Papieren. Wie viele denn noch? Gut. Ist bei dir nicht, schneide ich auf. Reicht das jetzt langsam? Dann Ja, ich bin jetzt gleich tot. Ja, vielen Dank. Wir brauchen Kugeln. Ja, ja. Ja, klar. Na, wo bist du? Mein Freund? Ich habe keine Muni mehr. Ich kann nichts mehr machen. Haha, scheiße. Wow, eine Kugel. Komm, ich sollte mich umbringen lassen. Ja, komm. Was? Ja, komm, bring mich um. Ich habe nichts mehr. Jetzt doch. Wer muss bluten? Wer muss bluten? Komm, wenn ich jetzt sterbe, ist es egal. Ach, wie oft denn noch. Scheiße. Nicht getroffen. Wenn ich da reinwerfen kann. Vielleicht nützt es was. Ich weiß nämlich nicht, wie viele noch kommen. Fuck. Fuck. Ja. Same. Ich bin schon Ich bin schon. Ich bin schon. Looks... Das ist wirklich traf你是. Ich bin schon. Ich bin schon. Kann ich jetzt mal drauf gehen? Ich hab nichts mehr. Jaja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaub, ich muss den Kampf noch mal machen. Oh Gott, bring mich um. Wow, das erste Mal tot. Das erste Mal... Medichamber. Und wir haben wieder nichts. Scheiß. Zwei Kugeln. Ähm... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Fuck. Ich weiß nicht, was ich nicht kontrollieren kann. Oh Gott.